Schöne, du wirst deine Hände vergessen, wenn sie nicht aufgelistet wurden. Oh, sie haben geblieben. Komisch. Nett. Okay, die sagen immer dann das gleiche, ja. Also gibt keine anderen Sätze so. Hier kann man auch nicht mehr großartig was Neues machen. Na gut, wir haben die hier jetzt bewegt. Ey, ist das crazy, Freunde. Oh, das ist echt laut hier, Freunde, bei mir. Ich glaube mal, ich weiß nicht, wie extrem laut das dann bei euch sein wird. Ich mach das jetzt bei mir. Einfach mal hier leiser. Und werde mir dann das sowieso in der Aufnahme ansehen müssen, würde ich mal sagen. So werden wir das machen. Okay, okay, okay. Ist hier noch was? Ich lasse dich hier schon. Kein Problem. Aber wirklich, wir behalten dich im Auge. Wir sollen auf das hören, was sie sagen. Okay, gehen wir doch mal zu dem Löwen. Guckt euch das an, ey. Das wollte ich gerade gar nicht drücken, Freunde. Ja? Ich könnte es wissen, dass du, wo du warst, du warst, du warst, du warst. No good. Das kann. Warum hat er ein Bag on his head? Und warum ist er mit der alten Primary-School-Teacher? Finn? No, her. No, who? Ich könnte es wissen, wo du warst, du warst, du warst. No good. So, jetzt ist die Frage. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Weil hier geht es ja wieder nicht weiter. Ich bin hier, Annabelle. Das Mädchen leuchtet so. Das Mädchen leuchtet so. Steve, bist du da? Okay, okay, okay. Oh, komm her! Miss! Oh, Freunde, das macht einen richtig fertig hier. Das sage ich euch schon. Mit der Mucke. Oh, das ist schön, wenn es hier mal ein bisschen ruhiger ist. What the hell, ey. Du, duf, 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 sod. Du hast keine bessere Idee, als ich. Ah, gut, das kennen wir alles. Wie geht es jetzt weiter, ist die andere Frage. Wie schaffen wir es jetzt, dass wir hier durchkommen? Ja, auf das, was sie sagen. Okay. Okay. I might have known wherever you were, you were up to no good. I'm here, Annabelle. The girl burns bright. Do you know her? Ja, ich weiß gerade nicht, wie das geht. I'm here, Annabelle. Ja. Okay. Jetzt habe ich die zweimal aufgelöst. Das hat gepasst. Das hat gepasst. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das passt. Mit der da. Ja, jetzt habe ich das. Ja, das. Und jetzt ihn. Habe es verstanden. Hat gedauert. Hat gedauert, aber ich verstehe es. Und der hat gesagt. Das ist eigentlich gar nicht so doof hier. Ich weiß, wer? Ich weiß, wer? Okay. Cool. Das ist ganz nice gemacht, Freunde. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wo geht es ja hier weiter. Geschieht ihm recht. Guckt euch das an hier. Stay with me and don't get lost. Wir sind nicht in school, Miss. Du kannst mir sagen. Du kannst mir sagen. Du kannst mir sagen. Dottie tells everyone what to do. Okay. Okay. Finn. Have you been seeing all of this? I can see. That's very reassuring. It is. It's them. How do you know? I dream about them sometimes. But never like this. Hmm. Where are we going? And why do I feel like we've forgotten something? Gut, dann gucken wir zu denen auch noch. Welches Girl? Ich finde den Hasen Jungen hier cool. Ich finde den irgendwie cool. Ey, hier ist... Die sind weg schon. Ach, nö, die waren da. Die waren da. Die waren da. Okay, sagen wir das gleiche. Die Girl ist die Lichter. Ich habe genug Girl-Trouble. Geh und was anderes. Na gut, kommen wir hier weiter. Ja. Oh, Hallöchen. Und wer ist denn hier? Das ist mir. Wir bleiben sarkastisch. Naja. Was steht denn hier? Was denn? Du weißt jetzt nicht nur, was ich versprochen habe, aber ich habe es versprochen. Kann ich hier was interagieren? Ich bin auf dem Telefon. Ja, dann ziehen wir alleine. Denn wir telefonieren. Okay, also mittlerweile weiß ich schon, dass ich da dann auch nicht... Moment mal, Freunde. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört, aber mein Handy läutet, darum mache ich das mal kurz. Auf laut los. Also es läutet WhatsApp. Meistens dringt es eh gar nicht durchs Mikro durch mit dem Filter, aber trotzdem. Also, mittlerweile weiß ich halt hier doch schon, wo man reingehen kann und soll. Was es lohnenswert ist, überhaupt anzusehen. Glaube ich. Zumindest, glaube ich. Also hier sieht es nicht so aus. Okay, einfach weg. Einfach weg, glaub. Hier was Neues. Ja. Und weglaufen. Run, Finn, run. Lauf, Forrest, lauf. Das ist nice hier. Das ist cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. Okay, Finn. Im Weglaufen bist du gut. Da ist er wieder. Wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das hier? Es ist magic. Da haben wir einen Hasen, den sammeln wir mal ein. Wie hast du da getroffen? Untersuchen können wir den eh nicht. Ich muss mich schmerzen gehen. Wussten wir doch eh schon. Wenn das ein Traum ist, muss ich weniger Käse essen. Nicht mehr so viel Käse, okay. Hm. Ich weiß nicht, ob ich den Hasen... Wir packen ihn einfach mal weg, würde ich sagen. Oh, wie geil ist das hier gerade? What on Earth? Leute. What the hell? Wie geil. Er guckt euch das an. Wie geil ist das denn? Süß. So, Finn ist jetzt hier auf. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Jetzt machen wir wütend. Das klang gerade gar nicht wütend. Oh, wir müssen Passwort suchen. Oh, das ist aber echt schön jetzt geworden. Na gut. Wie kommen wir jetzt auf das Passwort? Hier. Einsammeln. Fubor. Was ist das? Das ist, was du kriegst, wenn du messst. Fubor. Fubor, Freunde. Also das hat schon mal was mit dem Passwort zum Dorf. Das wird das F vielleicht sein. Ein F. Ein F. Dann gibt's hier was. Another one. Saint Finn and the Dragon. Blubeck. Blubeck. Okay. Packen wir auch weg. Eine Spritzpistole. Und hier ist das nächste Foto. E-Fubor. Na gut. Dann fehlt uns noch ein Foto, Freunde. Have you seen down here? Finn? There's no one driving the train. Come on. So. I'm not kidding. There's just Grandad's Greenhouse. You really should see it. I've seen Grandad's Greenhouse loads of times. I've seen a really rainbow. I've seen a